hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ja also ich habe den letzten monat nichts hochgeladen die das waren in den letzten zwei wochen war ich im urlaub in österreich da konnte ich nichts hochladen da habe ich auch gar nichts gedreht und sorry für den lärm im hintergrund in der nachbarschaft wird irgendwas gemacht irgendwie im garten oder so ja auf jeden fall stehe ich jetzt bei mir im garten ich mache jetzt den rasen weil ich habe ferien und der ist zu hoch und mir ist langweilig sonst ja ich habe zwei wochen also zwei wochen war ich halt in österreich und davor die zwei wochen habe ich zwei videos gemacht aber ich hatte irgendwie nicht die zeit sie zu schneiden deshalb kommen sie sehr wahrscheinlich diese woche ja jetzt möchte ich erstmal rasen und dann sehen wir uns nachher später wieder bis dann ciao so ja so 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 also es ist ein neuer tag und ich war jetzt pizza essen habe mir gerade noch ein eis geholt so eis geholt ja gestern habe ich nur den rasen so und zum teil fertig gemäht vorne habe ich nicht gemäht wenn wir von vorgarten und normalen garten hinterm haus ja bisher habe ich heute auch noch nicht viel gemacht ich habe ein bisschen gezockt auf der play sie dann war ich jetzt pizza essen jetzt hier beim zahnarzt heute früh da hat es aber gewittert deshalb habe ich die kamera nicht mitgenommen ja ich werde diese woche sehr wahrscheinlich noch in die stadt nach bund fahren oder nach köln möchte gucken ich werde auch in urlaub fahren dafür habe ich mir extra was gekauft bei amazon bestellt ja das sollte morgen oder übermorgen ankommen davon werde ich dann auch ein unboxing machen gut das war es jetzt erstmal von hier jetzt fahre ich erstmal nach hause und dann gucke ich mal weiter bis dann tschüssi ich hoffe euch hat das heutige video gefallen lasst einen daumen hoch da und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt dann lasst doch gerne ein abo da das könnt ihr jetzt gleich hier unten tun bis zum nächsten mal und tschau bis zum nächsten mal